Willkommen bei Quizparty. Um zu sehen, ob eure grauen Zellen in Form sind, stelle ich euch jetzt die erste Frage des Tages. Ihr wollt noch mehr? Behaltet ihr WIFE mit ihnen in der Hand? Es geht wieder los. Und hiermit herzlich willkommen zu Quizparty. Ein Projekt mit meinem Bruder. Und das kann man nur mit einem Controller spielen. Wollt ihr, dass ich euch die Spielregeln erkläre? Nein. Wie viele Teams machen mit? Zwei. Team Luque Jakob oder? Was für ein Team willst du sagen? Die Haie. Die sind immer ganz schön gefährlich. Ich bin das Team Unterlassau. Mann, du bist aber heute ein Schwein. Hier kommen die Teams. Gut, ich fange an. Auf geht's in die erste Runde. Dann. Das wird ein Mini-Projekt. Zwei, drei Parts wird es dauern. Der Zufall regiert. Am Anfang stellen wir euch ein paar Fragen. Zufallsprinzip, ja. So Leute, was bekommen wir? Ähm, Szenen. Das kann ich im Moment ziemlich schlecht. Ja. Da ist der andere eine Cousine, die ein Mega-Projekt nicht zu reden. Okay, das muss nichts kommen. Oh Mann, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Das ist eine Sprechung. Und was ist? Äh, da, dieser Heißluftballon da. Ja. Ein Ballon, okay, aber... Ja, das ist ein Heißluftballon. Hat das Simo richtig geantwortet? Ja. Du hast ja mal bei mir Nein gedrückt. Das war aus Versehen. Nein. Ich hab da gewarnt. Ach ja, das muss aber schön in den Einkaufsgeräusch. Bitte was Leichtes. Was ist das nochmal? Ich weiß nicht. Rechtschreibung? Von welchem Land ist das nichts? Mann, darin bist du doch Profi. Pakistan! Das war richtig? Ja. Null. Hm, sehr schwer. Ah, erster King im Flaggen und so. Ja, weil es alle Länder auswendig. Na gut, das ist auch keine Schwierigkeit. Die Flaggen und Hauptstädte. Das ist eine Schwierigkeit. Eigentlich nicht. Doch. Doch. Wer antwortet eine zufällige, ausgewählte Frage? Zufällige Frage hätte jetzt besser passen, außer eine zufällig ausgewählte Frage. Das stimmt doch eh alles. Keine Ahnung, der Stern? Hm, wo ist er normal? Haben die überhaupt einen Stern? Also, was ist da jetzt falsch? Der Stern ist auf einer anderen Stelle. Wo genau? Da, beim Mond, ist er auf einer falschen Stelle. Okay. Ja. Sollen wir das jetzt richtig gelten lassen? Ja. Ja. Da bist du nett. Eigentlich nicht. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin die Nummer 1, die Nummer 1. Witten. Du bekommst dann nochmal einen Balls, dann ist das voll, dann bekommst du das nicht mehr. Mhm. Denn wenn man alle drei voll hat, bekommt man diese Kategorien nicht mehr. Ja. Es gibt doch zwischendurch so kleine Zer... Ah, ich sag noch gar nichts dazu. Ja, ich bekomm jetzt ein rotes, das ist Zertdruck. Das ändert mich aber was. Salamander. Nicht ganz! Es ist ein Salamander. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Feuersalamander, okay? Das ist eine Art, eine Unterart. Hölle. Das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, Hund und Schäferhund. Das ist was anderes. Es ist immer noch ein Hund. Nö. Ein Hund. So. Komm, ein blaues bitte. Der Zufall regiert. Wie lang geht die Aufnahme? Schon sechs Minuten? Das geht schnell. Mhm. So, und... Nein. In dem ist schlecht. Mann! Ägypten. Ägypten. Das ist nicht Ägypten. Da ist zu viel Wasser. Israel. Israel. Israel? Mann! In Ägypten ist kein Wasser. Nil? Niel. Der Frust Niel. Der längste Frust der Welt. Nein, den gibt's nicht in Ägypten. Doch, er fängt in Ägypten an. Den gibt's im Mittelmeer, aber nicht in Ägypten. Nein, ich möchte mir jetzt gerne ein Faceball geben. Warum? Er fängt im Mittelmeer an. Ja, aber das Mittelmeer ist nicht in Ägypten. Das hätte ich jetzt gebraucht. Nein, in Ägypten gibt's kein Wasser. Ja, ich bin blöd. Ich bin auch blöd. Den kenn ich. Nein, ich bin Schirr. Konnungs. Hallo. Ernst Stern. Ich bin blöd. Ich bin arrogant. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Boah. Mick Jagger war. Ronaldinho auch. Köhler auch. James Blunt. Wart. Das war jetzt nur geraten, oder? Ja. Wie hoch war die Chance? 1 zu 8. Ja. Und wer führst du? Ich. Aber Lukas. Team Schwein. Ich führ doch. Was hast du für den Betrug? Zweite Runde. Und die Aufnahme geht 8 Minuten lang. Treff die richtige Wahl. Die Qual der Wahl, kann man so sagen. 30 Minuten Aufnahmezeit hast? Ja. Bang. Izzpitz. 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 Ah, das merkte ich vorhin. Es gibt solche kleinen Tests. Wir lassen die Windradroller dort liegen. Und wer ihn zuerst nimmt, sagt seine Antwort. Mhm. Hätte ich auch gewusst. Ah, du hast das 1977 vergessen. Das ist wurscht. Das ist nur das... Ah, 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 ah. Falsch. Das ging schnell. Nö. Aber komm, ich hab nie Heidi gesehen. Ich hab das nicht ausgewählt. Dann halt nicht. Ich hab nie Heidi gesehen. Nur einmal. Hei, 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 hei. Du, 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 du. Natürlich machst du das jetzt. Ich will das voll haben. Komm, irgendwas schass. Was ist ein anderer Gramm? Ich will den Namen eines Musikers. Drück drauf. Ich hab die kleine Klinge. Da kommt jetzt ein Name eines Musikers raus. Oh, nee. Aus allen Buchstaben? Ich kenne keinen Musiker. Michael Jackson. Das sind immer die schwierigsten Aufgaben. Ich weiß schon, was das ist. Nein, doch nicht. Warum? Michael Jackson. Ah, der Leonard Bernstein. Wer ist das? Wow, ich hab's richtig. Unter anderem von Tom Doper gemacht. Ich kenne gar keine Musiker. Äh, Musiker, ja. Vor allem Musiker. Musiker. So, was nehm ich? Na, wollt ihr mal schauen, wie sich mein Mikro anhört, wenn es am Übersteuern ist? Oh, was? Audioquiz. Meine Treppe. Das kann nicht alles gewesen sein. Salz. Ah, das kenne ich. Ich hab keine Ahnung. Mir kommt das so bekannt vor. Das hat sich so angehört, wie irgendeine Titelmusik oder so. Ich weiß nicht noch, was du jetzt dachtest, aber... Ja, dann kann man auf einmal nichts chch, 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 krrr. Irgendwie. Bei der Musik. Aber das kennt man. Wie lange geht ihr auf? Nur mit 12 Minuten. So, will ich das jetzt wirklich voll haben? Nee, noch nicht. Vielleicht weiß ich da ja was. Ich glaube auch nicht. Warum habe ich immer solche Scheiß-Sachen? Ich weiß es. Was ist das überhaupt für ein Lied? Ich kenne ja nicht mal das Lied. Das Lied hast du entschieden. Na, na, na. Ja, dann, if I was a rich girl heißt das Lied auf jeden Fall. Dann hat es Eva was a rich. Ja, wenn du den, der das Lied gemacht hat, sang nicht den Titel. Ja, Eva was a rich. Eva was a rich, wie ist das? Wer hat das gemacht? Eva Rosowitsch? Eva, ich und du sie, nee, Eva, den Namen, den du gesagt hast, Eva Rosowitsch oder so. Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Na, so hast du jetzt was erfunden. Oh. Tja. Team Duell. Ein Auge, das fliegen kann. Ich bin eine Rakete bei dem Tüchen. Nein. Oh, Mann. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Habe ich dich so zurückgebracht. Ja. Hä, wo ist da was? Ich erkenne... Es kann auch sein, dass es so ein Schatten ist. Ja, das schaue ich jetzt gerade. Oh, Alter. Wie gestört ist das denn? Ich hab... Da, der Fuß! Ach komm, der wurde nur abgehackt, was da ist, ein Fehler. Jetzt ist meine Hand im Video zu sehen. Ist doch egal. Hauptsache, die Zuschauer wissen, wo der Fehler ist. Der Fuß wurde von mir abgehackt. Ich wollte das nicht nehmen. Ah, ah, ah. Aber egal. Wie viel habe ich? Zwei und du hast fünf. Also, wenn ich es lernen will, der kann ich dieses Spiel ausnutzen. Vor allem, ich habe dieses Spiel noch nie auf YouTube gesehen. Und ich hätte es erfüllen, wenn ich es schaue nicht. Ha, ha, ha. Jackie Brown. Geraten. Nee, ich habe geschaut wegen von den Titeln her und von... Wie die... Wie das... Ja. Geraten. Es war nur 1 zu 4 Chancen. Ich bin so gut. Bist du nicht? 17 Minuten. Ich glaube, mein Mikro will langsam am übersteuern sein, oder? Ich bekomme immer einen Lacher, vor allem, wenn ich das zum Bock... Das sieht sich übrigens nicht aus mit einer halben Stunde. Doch. Wir sind schon über der Hälfte von dem Spiel. Äh, es gibt vier Runden. Ja. Wir sind noch in Runde 2. Ja. Wir sind schon über der Hälfte. Wenn wir jetzt, wenn wir 2 beendet sind, sind wir bei der Hälfte. In welcher Stadt hat dieses Transportmittel das lichte Welt erblickt? Ja. Ja. Das ist so leicht. Hä? Das ist wirklich leicht. Keine Ahnung, London? Die Underground Station. Ich habe gerade geraten. London war aber am glaubwöigsten. Ja, es ist London. U-Bahn wurde London erfunden. So, ich dachte, es geht jetzt generell um Züge. Na. Duell. Duell um die Welt. Das Duell um die Geld. Ich habe es. Ich habe es. Schrei mal nicht ins Ohr. Das weisse Ding bei Ihren Haaren. Nein. Nein. Du musst mir nicht ins Ohr brüllen. Ja, Entschuldigung, sonst hören die Zuschauer nichts. Welche Fickorie? Ein Auge. Dann habe ich das schon mal voll. Nein, nein, nein. Loll. 19 Minuten. Wir haben es gleich. 14 Minuten haben wir noch Zeit. Für die zwei haben wir bis jetzt. Die dritte Runde, die Finalrunde. Finalrunde dauert eh nicht lang. Ich habe jetzt nicht die Frage. Tja, das ist ein Scheiße. Wenn es mir so hart ist, ey. Ja, das hätte ich schon mal gewusst. Ja, Madagascar. Bande hatte ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Das hätte ich gewusst. Irgendwas mit Steinbock, oder? Ich schwöre. Ich hätte das wirklich gewusst. Was? Haifisch, Schweinchen. Ich bin gefährlicher Hai. Auch im Bett. Und ich bin die erste Sau im Bett. Der Geheimnisvolle Check. Warte mal, wie fühlt sich eigentlich die Stimme bei dir an? Hören wir jetzt, wie im Mikro redest. Geh mal ins Mikro. Doch. Nein. Ich bin gespannt, wie sich das anhört. Bei welcher Minute? 20.34. Ja, das ist ja okay. Ich schwöre. Das kostet natürlich auch Zeit. Ja, das meine ich ja auch. Und das kommt circa 5-10 Mal noch in der letzten Runde. Wie nennt man diesen Beschreibschloss? Hä? Hyokryphen. Hyokryphen. Ich hab's zuerst. Papyrus. Papyrus, stimmt. Unentschieden nachher jetzt, oder? Keiner hat die Richtige gegeben. Unentschieden, du hast ja nur eine Antwort gegeben. Was ist das? Mensch, Mann. Er ist ein Statue. Mein Gott. Ein Pokal. Nein, ich hab nur Pokal gesagt. Ich hab Oskar gesagt. Ja, ich hab gedrückt. Aber ich hab Oskar gesagt. Nein. Keiner hat die Richtige gesagt. Welche Stadt? Nein. Ah. Israel ist ein Land. Du Genie. Ich hab auch eine Stadt. Nein. Doch. Nein. Israel ist eine Stadt. Nein. Doch. Nein. Doch. Und wo ist die Stadt Israel? In Ägypten. Wo soll eine Stadt Israel heißen, in Ägypten? Israel. Ja, wo? In Ägypten halt. Ja, wo in Ägypten? In Ägypten. Ist das mit Moses, Manns? Ja. Der ist ins Land Israel gegangen. Moonwalk. Ja, renn weg. Der Geheimnisvolle Checkpot. Ja, genau. Wenn du falsch hast, verliesst du ein. Herr aus dem Geheimnisvolle Checkpot. Welche Rasse gehört dieser Runde? Nein. Ich weiß nicht, ich leg deine Dogge. Bulldogge. Ja. Ja, gepist. Deutsche Dogge, gibt es die überhaupt? Ja. Sieht doch genauso aus, oder? Nein. Ich habe schon was Schäferbund und Dogge. Bestzeit. Warum bekommst du immer... Was? Lukas Hausen. Jakob Hausen. Ulm. Drei. Ulm. Ich habe keine Ahnung. Es ist Ulm. München, Nürnberg. Kann es nicht sein, es ist Ulm. Garmisch-Parten-Kirchen. Na gut. Das musst du wissen. Hätte ich an Skispringen gedacht, hätte ich das gesagt. Das musst du wissen. Hätte ich an Skispringen gedacht, hätte ich Garmisch-Parten-Kirchen gesagt. Natürlich. Ich kann es auch wissen. Einer der besten Skischancen sind dort. 24 Minuten. Wir werden wahrscheinlich nach der dritten Runde die Aufnahme beenden müssen. Wie lange kannst du noch? Noch circa 7-8 Minuten. Dann musst du dich jetzt beenden. Was nehme ich? Ja. Beenden. Welches Land? Das Grün-Markierte. Das? Ne. Achso, da. Oh. Ich weiß jetzt nicht. Chad, Sudan? Was ist das? Ist das eine Suppe? Libyen. Ich dachte, Sudan wäre eine Suppe. Sudan, nicht Sudan. Ja, es klingt doch so ähnlich wie super, deswegen. Oh, muss ich eh. Das ist Sudan, weil ich wollte den nur in den Vorsprung lassen. Okay. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder die Ohren weggesprengt. Welche Zeichentricks? Die hat es auf Nickelodeon gespielt. Wie heißt sie? Man, ich habe die Folge sogar gesehen. Oh nein, wir heißen die. Ja. Unentschieden? Ja. Totally Spice. Totally Spice. Die kennt es so gut wie jeder, der Nickelodeon früher geschaut hat. Und welches Land haben wir das nicht? Pakistan. Pakistan. Ich habe so erst. Ich habe aber zuerst geantwortet. Nein. Ich habe aber für dich gedrückt. Also ich habe deine Hand auf den A-Knopf gelegt, deswegen zählt für mich. Und ich einfach bei Musik nichts habe. Ich habe noch bei drei Kategorien nichts. Du hast sogar ein schönes Muster. Das zerstöre ich jetzt. 26 Minuten geht die Aufnahme. Ich glaube, dass es sich mit Grunde 3 doch nicht ausgeht. 17 Jahre lange Haare. Neuer Song. 17 Jahre lange Haare. Ich habe sie geliebt. Und dabei habe ich daran gedacht, was für schöne Augen ich habe. Was für ein schönes langes Haar ich habe. Ich habe geweint und gedacht, warum bin ich blond? Das soll jetzt kein Scherz sein, aber ich wäre brunnet. Loll. Was? Das soll jetzt kein Scherz. Das ist die letzte Runde vom Finale. Das soll jetzt kein Scherz sein, aber ich bin brunnet. Ah ja. Ich bin blond, aber das soll kein Scherz. Okay. Das. Das ist mir gerade ein Jackpot. Und welches Tier? Was ist das? Alligator, Krokodil oder Keimern? Was ist denn Gabriel? Und was ist denn Keimern? Ich muss raten. Was ist denn Gabriel? Gabriel. Das ist eine Krokodilsart. Ja, wow, da hätte ein Krokodil auch stimmen können. Nein, das hätte nicht. Doch. Das ist nämlich was komplett anderes. Nein. Ein Gabriel ist ein Krokodil. Das ist genau dasselbe mit den Salamander. Das ist ein Krokodil. Das ist ein Krokodil. Du hast nur nach dem Controller griffen, oder? Ja, ja, ja! Du hast nichts gesagt. Es ist ein Unentschieden, weil ich hätte es auch gewusst. Joll. Welches? Ich... Barsch! Barsch! Was ist das? Kacke! Ich habe zuerst gesagt, Barsch, jetzt ist hier das Unentschieden. Nein, ich habe zuerst gesagt... Kacke! Ja, jetzt ist das Unentschieden. Ich habe zuerst gesagt, dass es umgestanden ist. Krass! What the fuck? Eia! Eia! Och, come on, ey! Was soll das denn, Scheißspiel? Was soll das? Da hätte der Elefant jetzt auch gestimmt. Ja! Die Aufnahme geht 30 Minuten. Ich habe ihn! Der blaue Luftballon da oben rechts ist nicht. Was? Das ist so billig! Ich habe da noch eine Frage. Ich nehme Grün. Einnehmen Grün! Schnell, wir haben nur noch drei Minuten! Jaaa! Jaaa! Und jetzt lasse ich das Spiel extra filzen! Sehr gut, das geht schnell! Was soll das denn? Anderes Bild! Anderes Bild! Wer kommst du nicht? Macho Picchu! Drei! Keine Ahnung! Macho Picchu, was? Macho Picchu! Josemite Hallstone! Ich kenne nur ihn Josemite National Park! Wir sehen uns im nächsten Part! Ich empfehle ihn wieder! Tschüss, haut rein! und